Fast jeder kennt das. Antriebs- oder Hoffnungslosigkeit, das Gefühl, nicht aus dem Bett zu kommen. Diese Gefühle begleiten viele Menschen. Einige sind davon stärker betroffen als andere. Auch Faktoren wie der Verlust eines geliebten Menschen, Konflikte am Arbeitsplatz oder Leistungsdruck spielen eine große Rolle. Bei einigen Personen sind negative Emotionen so stark vertreten, dass es ihnen nicht möglich ist, ein normales Leben zu führen. Der Gang zum Psychologen kostet Überwindung, ist aber ein Schritt in die richtige Richtung. Doch was ist, wenn Gespräche nicht reichen? Der Griff zu Antidepressiva scheint oft unausweichlich. Am 6. September 1957 stellte der Schweizer Psychiater Roland Kuhn das erste Antidepressivum vor. Imipramin. Die Arzneimittel gehören zur Gruppe der Psychopharmaka und sollen dabei helfen, depressive Symptome zu lindern. Auch Menschen mit zum Beispiel Angst oder Schlafstörungen können davon profitieren. Experten nehmen auch an, dass solche Störungen durch den Mangel von Serotonin, Noradrenalin und Dopamin ausgelöst werden. Eines der bekanntesten Antidepressiva ist SSRI. Die Abkürzung steht für Selective Serotonin Reuptake Inhibitor bzw. selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Es wird zum Beispiel zur Behandlung von sozialer Angststörung oder Major Depression eingesetzt. Zu den Wirkstoffen zählen unter anderem Citalopram, Fluoxetin und Sertralin. Imipramin, wie eben bereits vorgestellt, zählt zu den Antidepressiva der ersten Generation. Doch was bewirken diese Stoffe im Gehirn? Die Nervenzellen im Gehirn kommunizieren miteinander. Die entstandenen Informationen müssen den synaptischen Spalt durchqueren. Dafür werden Bodenstoffe gebraucht. Wurde die Informationsübertragung erfolgreich abgeschlossen, bewegt er sich zurück zu seiner Startposition, um neue Informationen weiterzuleiten. Experten nehmen an, dass solche Störungen durch den Mangel von Serotonin, Noradrenalin und Dopamin ausgelöst werden. Wenn Antidepressiva eingenommen werden, können diese die Wiederaufnahme der Botenstoffe blockieren. Dadurch wird die Informationsvermittlung gefördert und es kommt mehr bei der Zelle an. Die Wirkung von Antidepressiva ist dennoch sehr unterschiedlich. Während einige Leute kaum bis gar keine Probleme mit der Einnahme haben, kämpfen andere wiederum sehr mit möglichen Nebenwirkungen. Wie stark oder schwach sie sein können, hängt davon ab, welches Antidepressivum eingenommen wird. Die älteren Antidepressiva, die trizyklischen, sind dafür bekannt, mehr belastende Symptome hervorzurufen. So haben Patienten eher Schwindel oder Sehstörungen als Personen, die Antidepressiva der neueren Generation einnehmen. Im Endeffekt lässt sich sagen, dass man bis heute nicht genau weiß, was im Gehirn eigentlich passiert, wenn Antidepressiva zu sich genommen werden. Doch was klar ist, ist, dass sie nach einiger Zeit der Körper an die Substanz gewöhnt. Falls ihr denkt, ihr könntet auch unter psychischen Problemen leiden, zögert nicht, euch jemandem anzuvertrauen oder unter folgende Nummer anzurufen. Das ist, dass sie nach einiger Zeit der Körper anwirkungen sind. Untertitelung des ZDF, 2020